Florian Silbereisen, meidete Giovanni Zarellas Shows. Sender äußerte sich. Florian Silbereisen, 43, gehört mit seinen Festeshows in der ARD zu den erfolgreichsten Entertainern Deutschlands. Dennoch war er noch nie in der Giovanni Zarellas Show zu Gast. Jetzt äußert sich das ZDF dazu. Seit 2021 begrüßt Giovanni Zarellas regelmäßig die Crème de la Crème der Schlager-Stars und Promis aus der Musikbranche in seiner großen Giovanni Zarellas Show. Nur ein Schlager-Style gab dem Sänger bisher immer einen Korb, Florian Silbereisen. Und das, obwohl Giovanni Zarellas selbst schon häufiger Gast in Flores TV-Shows war. Doch anders, als bisher vermutet, scheint diese Entscheidung nicht beim ZDF zu liegen. Demnach werde Florian Silbereisen regelmäßig als Gast in die Giovanni Zarellas Show eingeladen. Florian Silbereisen, ZDF nimmt Stellung zur Giovanni Zarellas Show. Leider hat es mit einem Auftritt von Florian Silbereisen bisher noch nicht geklappt. Wir werden es weiterhin versuchen, erklärt eine Sendersprecherin gegenüber T-Online. Aber warum meidet Florian Silbereisen Giovanni Zarellas Show? Seit 20 Jahren moderiert Florian Silbereisen die Festeshows der ARD. Doch seitdem Giovanni Zarellas seine Giovanni Zarellas Show im ZDF hat, gelten die Schlager-Stars als Konkurrenten. Vielleicht, weil Flores Shows von dem ehemaligen Brose-Sänger überschattet werden? Schließlich kündigte der MDR-Rundfunkrat an, dass für 2025 und 2026 nur vier Ausgaben mit Florian Silbereisen geplant seien. Giovanni Zarellas Show bleibt wie gehabt. Außerdem hat er in den letzten Jahren zahlreiche Sondersendungen wie das 30. Bühnenjubiläum von Andrea Berg und das 50. Bühnenjubiläum von Roland Kaiser für sich gewinnen können. Florian Silbereisen, aus dem Popstar wurde in kürzester Zeit ein Schlager-Star. Besonders auffällig. Seit seiner eigenen Show wird Giovanni Zarella auch nicht mehr in die Festeshows eingeladen. Ich war ja früher auch in seinen Sendungen zu Gast. Also wenn er mich mal wieder zu seiner Show einladen würde, dann gehe ich auch hin, erklärt der Sänger kürzlich im Interview mit T-Online und betonte, wir haben überhaupt kein Problem miteinander. Ob das Florian Silbereisen genauso sieht? Vor Giovanni Zarellas eigener Show gab sich der Schlager-Star-Milde. Aus dem Popstar wurde in kürzester Zeit ein Schlager-Star. Ich freue mich, dass ein Künstler, den wir so unterstützt haben, so schnell so einen großen Erfolg hat, sagte er damals der Bild. Warum er ihn denn noch nicht in seinen Shows besucht, hat Florian Silbereisen bisher nicht verraten.